Matrix 4. Viele Kritiker hassen diesen Film und viele Fans hassen diesen Film. Und ob das wirklich so stimmt, ich finde persönlich nicht. Ich finde, dass dieser Film als eigenständiger Film eigentlich ziemlich unterhaltsam ist. Er ist nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Er ist eigentlich ziemlich solide. Natürlich ist er im Vergleich zu den alten drei Teilen deutlich schlechter. Ich würde sogar sagen, dass es der schlechteste Matrix-Teil aller Zeiten ist. Aber wenn man die alten Matrix-Teile nicht kennt, weil man der Meinung ist, dass sie zu alt sind oder was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer. Und Matrix 4 sein allererster Matrix-Film ist, der wird von diesem Film begeistert sein wahrscheinlich. Und wird wahrscheinlich Bock haben, nach diesem Film die anderen drei Teile nachzuholen. Nur nach diesem Film als Matrix-Fan wird man ein bisschen enttäuscht sein, weil er viele gute Dinge, die in den ersten drei Teilen eigentlich bewundert wurden, wieder negiert. Er fängt interessant an, wird ein bisschen albern und dann wieder ein bisschen aufregend. In der Mitte denkt man sich so, wow, dieser Film ist schon ziemlich scheiße. Und dann gegen Ende fängt er sich und dann wird er super spannend. Und dann denkt man sich auch schon so, wow, ja, ich kann damit leben. Und in dem Film werden Matrix-typisch gesellschaftskritische Themen in den Raum geworfen, wo man auch nach diesem Film gerne mit seinen Freunden darüber diskutiert, weil die halt super wichtig sind für uns als Gesellschaft. Auf jeden Fall hatte ich nicht nach diesem Film dieses Gefühl gehabt, wow, der hat mich ein bisschen gehypt. Vielen Dank.